was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen als feines gamer am start frohes neues jahr 2018 an jeden einzelnen von euch ich hoffe ihr seid gerade alle schön am feiern oder habt eben schön gefeiert je nachdem wann ihr dieses video hier gerade schaut ich möchte euch jetzt aber auch nicht zu lange auf die eier gehen denn ich wollte euch wie gesagt nur mal eben schnell ein frohes neues jahr wünschen und ich wollte mich auch noch mal bei jedem einzelnen von euch da draußen für dieses geile jahr 2017 bedanken denn 2017 war das beste jahr welches ich hier auf youtube jemals hatte und das lag einfach nur an euch denn ihr wart eben diejenigen die meine videos geguckt haben ihr wart diejenigen die meine videos geliked haben und ihr wart eben diejenigen die immer die ganzen netten kommentare geschrieben haben dank euch ist in diesem jahr sogar noch mein großer traum von den 100.000 abonnenten hier auf youtube in erfüllung gegangen und deshalb noch einmal vielen herzlichen dank an euch alle da draußen aber genug rumgelabert ich bin jetzt an dieser stelle mal raus genießt noch mein alljährliches silvester feuer welches ich mit einigen freunden von mir aufgenommen habe und dann würde ich sagen sehen wir uns 2018 im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund lasst die finger von den poolen ballern und ciao Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020